Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Sonntagnachmittag. Hallo Christian Schatz. Hi. Raphael und ich waren gerade zum Testen und meinem Grinsen könnt ihr schon entnehmen, denke ich mal. Wir sind frei. Ihr seid nicht mehr schwanger. Ja, genau. Wir sind negativ. Ja, also dass man sich so darüber folgt, dass man negativ ist, ist schon natürlich krass irgendwie. Was klaust du denn da gerade? Gummibärchen. Gummibärchen. Ja, wir sind auf jeden Fall negativ. Das ist schon mal gut. Auch wenn bei allen noch, es ist klar, wie nach jeder Erkältung hat man noch eine ganze Zeit lang was davon. Das ist klar. Die Nase ist vielleicht noch ein bisschen am Laufen oder man hustet. Wir husten alle. Also husten ist wirklich überhaupt nicht weg. Aber wir sind negativ. Wir sind nicht mehr ansteckend und wir können los. Also die Kinder können morgen zur Schule und zur Arbeit. Ja, Dirk ist sowieso wegen seinem Fuß und so noch länger krankgeschrieben. Aber ansonsten tatsächlich. Ja, ich kann einkaufen gehen morgen. Das mache ich auch. Ich glaube, Dirk hat morgen Arzttermin. Muss ich nur noch gucken, wann. Und dann, ich habe abends Physio und zwischendurch müssen wir mal einkaufen. Und zwar zu Kaufland. Weil meine Brötchen da. Ich habe gerade was im Kühlschrank gesucht. Also Kühlschrank ist auch relativ leer gefegt mittlerweile. So gewisse Sachen sind einfach gar nicht mehr da. Aber ist auch nicht so schlimm. Aber jetzt kann ich selber einkaufen. Ich kann selber gucken. Ich kann selber aussuchen, was ich haben will. Ja. Ich war jetzt fast zwei Wochen. Fast zwei Wochen hier nicht selber einkaufen gewesen. Das merke ich tatsächlich irgendwie. Keine Ahnung warum. Ja. Aber so sieht es aus. Wir sind negativ. Heute ist es auch richtig angenehm. Was zeigt das Ding? Okay. Okay. Hier auf der Nordseite zeigt das Ding so 20 Grad gerade mal. Es sind aber so 23 Grad ungefähr. Und gerade hat es sogar noch kurz geregnet. Also Poolwetter ist das heute nicht. Muss es doch nicht jeden Tag sein. Aber es ist auch nicht mehr so heiß. Nicht mehr so drückend. Man kann tatsächlich jetzt einfach mal alle Fenster aufreißen und ordentlich lüften. Und auch mal angezogen, sage ich mal, vernünftig sich durch die Gegend bewegen. Weil gestern nur Badeanzug hier zu Hause. Was anderes ging einfach gar nicht. War viel zu warm. Und meine Jungs rennen hier die ganze Zeit nur in Unterhose halbwegs rum oder in Shorts. Ja. Wir werden heute grillen. Das heißt, ich werde jetzt nicht kochen oder sonst was. Wir wollen trotzdem grillen. Auch wenn das Wetter nicht so regnet zwischendurch. Aber wir haben ja unsere Holzterrasse und auch die Markisen. Und dafür mache ich jetzt Nudelsalat. Wir haben ja gestern Hackbällchen, die ich am Freitag gemacht habe, mit Nudeln gegessen. Und Nudeln sind noch da. Und daraus bastele ich jetzt einfach mal einen Nudelsalat, der dann bis es soweit ist, bis wir grillen wollen, ein bisschen im Kühlschrank durchziehen kann. Und ansonsten weiß ich gar nicht, wo ich euch noch mitnehme. Wenn ich das schaffe, muss ich eigentlich, ich hoffe es klappt, auf jeden Fall Dirk und Raffi die Haare schneiden. Aber Raffi muss man halbwegs echt mit Gewalt dazu zwingen. Er wächst lieber zu wie so ein Pumuckl. Sieht aber nicht mehr schön aus. Und außerdem ist das zu warm, finde ich, jetzt im Sommer für so längere Haare. Okay, wir reden jetzt nicht von langen Haaren. Christian, der will jetzt auch nicht schneiden lassen. Aber der hat ja richtig lange Haare. Und bei Raffi ist ja nur, so normalerweise eben Kurzhaarfrisur. Und wenn er dann längere Zeit nicht geschnitten hat oder nicht schneiden lassen hat, dann sieht er aus wie so ein, ja, ich weiß nicht, Wischmuckl. Und bei Dirk ist auch wieder hier alles ziemlich voll. Mal gucken, ob ich das heute hinkriege. Ansonsten erst mal Nudelsalat. Wie die Dame schon sagt, Nudeln vom Vortag. Okay, wären so kleinere Nudeln noch schöner, aber ich habe ja gestern diese gekocht. Und dann nehme ich grüne Zwiebeln, also Lauchzwiebeln aus dem Garten. Frischer Dill ist immer schön. Ein paar von diesen Datteltomaten, die hier alle in allen Richtungen abhauen. Gewürzpurken, dann eine kleine so bunte Gemüse-Mix, ja, Dose. Eigentlich nur Erbsen, aber ich habe jetzt auf die Stelle nur Erbsen, glaube ich, gar nicht gefunden. Ist aber auch egal. Eine Möhre, eine halbe Paprika kommt mit rein. Ein bisschen, ich habe keine Fleischwurst, denn richtig groß. Habe ich jetzt easy zwei Stückchen geklaut. Vielleicht mache ich die auch gar nicht rein. Ich überlege es mir noch. Dann habe ich gedacht, ein bisschen was von der frischen Gurke mit reinschnippeln. Ja, und das war es dann eigentlich. Ich überlege gerade, was kann man noch mit reinschmeißen. Auf jeden Fall, diese Sachen kommen jetzt rein. Müssen natürlich geschnitten werden, die Möhren, beziehungsweise dann gerieben. Das mag ich lieber. Ja, und das mache ich jetzt einfach alles zusammen in die Schüssel zu den Nudeln. Und angemacht wird die ganze Geschichte mit Salz, Pfeffer, Creme leicht, Schmand oder Joghurt, was man da hat, und Gurkenwasser. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So ihr Lieben, jetzt haben wir alles hier drin. Und, achso, wir brauchen ein bisschen Salz. Ich mach mal dieses hier. Ein bisschen Pfeffer. Und eben entweder, ihr könnt auch natürlich Mayo nehmen. Ich nehme jetzt Creme leicht. Und ein bisschen was von dem Gurkenwasser. Ja, das ist jetzt auch alles. Ich denke, könnte sein, ich denke, könnte sein, dass ich ein bisschen mehr von dem Creme leicht brauche. Alles schön miteinander verrühren. Ich nehme tatsächlich ein bisschen mehr Creme leicht. Fertig. Das ist jetzt mein Nudelsalat. Schmeckt schön frisch, weil wir doch auch einiges frisches Zeug drin haben, durch den Dill. Oh, da ist das einfach nur perfekt. Ich mach jetzt einen Deckel drauf, stelle das Zeug in den Kühlschrank und bis wir grillen, das ist jetzt gerade 16 Uhr, ein paar Stündchen dauert es noch, darf die ganze Geschichte durchziehen im Kühlschrank. Und dann haben wir was leckeres, leckere Beilage zu unserem Gegrillten. Ja, und ich räume das hier weg und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich habe ja was vergessen. Ich habe jetzt gerade noch gesehen, dass ich die Dose mit Mais und Erbsen nicht reingemacht habe. Das macht die ganze Geschichte natürlich noch bunter. Das habe ich jetzt nachträglich gemacht. Aber muss man nicht. Also ich habe auch kurz überlegt, ob ich das überhaupt machen werde oder nicht. Aber dann habe ich doch gedacht, also ich mag gerne Erbsen in so einem Salat. So, jetzt ist es komplett, wie ich mir das gedacht habe, mit Erbsen und so. Soll ich irgendwas machen, sonst ist es schon drüber. Also bin ich lustig. Soll ich mich nochmal, ich glaube, ich mache ein paar Sachen. Soll ich mich einfach mal. Ich glaube, ich mich einfach mal. Das ist einiges Mal. Soll ich mich einfach mal. Soll ich mich auch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt holst du mir bitte auch mit Anwendung von Gewalt dieses andere Exemplar, das fast zwei Meter lang ist, blond, mit Brille. Los, hol es mir! Nummer 1 ist fertig. Bei ihm ist auch wirklich ganz, ganz schnell. Es werden ja immer weniger Haare. Sieht leider so aus. Mit jedem Jahr immer weniger. Oder ich habe das Gefühl, mit jedem Haareschneiden immer weniger. Jetzt bin ich gespannt, ob ich den Kleinen in die Finger kriege. Ihr habt ja gesehen, wie der mittlerweile aussieht. Also das ist ja überhaupt nicht mehr feierlich. Und morgen geht es wieder zur Schule. Außerdem wird es wieder warm, denke ich, die Tage. Also muss er jetzt auch noch ran. Jetzt habe ich Papa losgeschickt. Mal gucken, ob ich den Kleinen gleich erwische oder nicht. Es kommt! Papa hat ihm gedroht. Was? Was hast du denn da jetzt? Ja, komm, hinsetzen. Husch! Ich brauche noch mehr Lohne. Nein! Nein, nicht die... Raffi! Ey, aber du machst immer viel zu kurz. Es ist Sommer! Hinsetzen! Das ist trotzdem viel zu kurz. Ich mache... Ich gebe mir Mühe. Hinsetzen. Zackig! Los! Das ist wieder lohnt. Raffi! Warum wird man hier gezwungen? Ja, weil du so wie ein Mensch aussehen sollst. Ich sehe aus wie ein Mensch! Nein, du siehst aus wie ein Pumuckl. Nein! Das ist zu lang schon wieder. Das ist das letzte Mal, echt, wie mit Papa zusammen, vor über zwei Monaten. Es gibt Jungs, die freiwillig alle drei Wochen zum Friseur rennen. Ja, aber die machen das halt so anders kurz und die machen... Die haben dafür auch Style und sowas. Das passt zu mir nicht. Ja, deswegen laufen wir lieber mit Rolle, die bald... Keine Ahnung. Du hast auch noch so dichte Haare und so viele. Ja, das sieht einfach echt nicht schön aus, wenn das viel zu lang ist. Du kriegst auch noch Locken dann. Nein, mache ich nicht. Aber man muss schon ein bisschen auch Auge frei haben. Nicht... Ich bin froh, halt. Was kommt mir jetzt noch mal gegengelaufen? Der kommt doch von alleine, ne, wenn er irgendwo gegen rennt. Kommt dann von alleine. Nee, dann lache ich. Oh Mann, hier kann man bald Zöpfe machen. Ich lasse dir auch deinen Vorrang vorne ein bisschen da. Ich bin froh, halt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So ihr Lieben, wir sind fertig mit Essen, fertig mit Chillen, die Kinder sind schon längst verschwunden, wir haben hier noch ein bisschen gesessen, ne Schatz? Die Ruhe oder Ruhe ist nicht wirklich, aber ein angenehmer Krach, was so um uns herum hier gerade ist, ne? Die Vögel zwitschern, vorhin hat sich gerade da hinten eine Elster über irgendwas ganz laut beschwert, aber es ist schön hier nur frisch. Also gestern war es so heiß und heute haben wir 10 Grad weniger, also das merkt man tatsächlich. Deswegen werde ich, ich habe mich jetzt auch schon umgezogen, vorhin war ich ja in so einem leichten Kleidchen, war zu kalt geworden. Deswegen, ja, gehen wir jetzt auch rein, duschen, dann an den PC dieses Video schneiden, dann überlegen, was wir alles brauchen. Und dann, ja, okay, Einkaufslisten schreibe ich selten, wenn ich die schreibe, dann lasse ich die meisten auf dem Tisch liegen, da liegt es ja auch immer sehr gut, ne? Morgen müssen wir dann auf jeden Fall ein bisschen einkaufen und ansonsten heute erstmal schon Feierabend, denke ich. Schatz hat morgen einen Termin zum Arzt, mal gucken, was wir so alles über den Tag erledigt kriegen. Ich bin heute ganz stolz auf mich, ich habe meinen Sohn gezwungen, der Arme hat er so gelitten, ne? Also sowas von furchtbar, böse, böse Mama hat ihm einfach mal die Hälfte seiner Haare geklaut. Geht gar nicht, wie er hier sich ausgeführt hat, als ob ich ihm, keine Ahnung, sein Erstgeborenes geklaut hätte oder so. Ja, mit Gewalt musste ich das Kind dazu bringen, dass ich ihm Haare schneiden darf. Naja, mittlerweile sieht er wenigstens wieder wie ein Mensch aus und nicht wie ein Wischmopp. Ja, deswegen war der Tag eigentlich auch ziemlich erfolgreich, negativ sind wir auch noch. In diesem Sinne wünsche ich euch allen auf jeden Fall eine superschöne neue Woche. Nach Möglichkeit Flugzeug, nach Möglichkeit stressfrei, wo es geht, wir versuchen das auch. Bleibt gesund und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über jeden Daumen hoch, über jeden Kommentar, auch wenn es nur ein Smiley ist, freut mich jedes Mal riesig. Über neue Abonnenten natürlich auch. Ja, nochmal, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss ihr Lieben. Tschüss ihr Lieben.